So, Merhaba und Hallo aus der Türkei, von den RTK Dialogtagen in Lara, aus dem Hotel Nirvana Cosmopolitan, dem ehemaligen Kervansaray Hotel. Erste Eindrücke aus dem Zimmer, frisch renoviert. So, der Koffer wurde auch schon hochgebracht, super Service, komfortabler Check-In. Anliegen, Wünsche werden mittlerweile per WhatsApp mit der Rezeption geklärt. Großes Zimmer. Alles sehr, sehr schön. Dann werfen wir mal einen Blick auf den Balkon und den Ausblick, denn wir haben mehr Blick. Fußballplätze, Außengastronomie, Aquapark, die Außenbühne. Teilweise wird an einigen Stellen noch ein bisschen renoviert und aufgebaut, das stört aber gar nicht. Das Nachbarhotel Miracle Resort. Soviel zu den ersten Eindrücken. Kląlemtagen. Vielen Dank.